Gar nicht so selten bekommt man es mit kleinen Stichproben zu tun und die haben ihre Besonderheiten. In dieser Lektion werde ich zunächst wiederholen, wie wir bisher unter der Annahme von Gauss-Verteilungen unsere Fehler abgeschätzt haben. Kleine Stichproben werden dann zu einer nicht-gaussischen Verteilungsfunktion führen, bekannt als Studentsche T-Verteilung. Ich werde die entsprechenden Konfidenzintervalle einführen und Konsequenzen in der Praxis diskutieren. Worum geht es also? Wir wollen eine physikalische Größe bestimmen, von der wir annehmen können, dass sie um einen wahren Wert schwankt. Dazu nehmen wir eine Stichprobe von N-Messungen. Und wir fragen uns, wo liegt da nun der wahre Wert? Wir können ihn natürlich nicht exakt bestimmen, aber wir können eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für diesen angeben. So lautet die Frage, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt sich für den wahren Wert? Eine Grundannahme müssen wir dafür treffen, nämlich dass die Streuung der Wesswerte um den wahren Wert einer gaussischen Normalverteilung folgt. Aber diese Frage hatten wir ja eigentlich schon in Lektionen 3 und 4 behandelt. Dort hatten wir die gaussische Normalverteilung eingeführt, um die Streuung der Messwerte um den wahren Wert zu beschreiben. Und wir hatten gezeigt, dass die beste Abschätzung für den wahren Wert der Mittelwert ist. Und die beste Abschätzung für die Standardabweichung ist die empirische Standardabweichung oder Stichproben-Standardabweichung. Auch über die entsprechenden Fehler hatten wir uns bereits Gedanken gemacht. Wir hatten den Fehler des Mittelwerts eingeführt, der sich daraus ergibt, dass man die empirische Standardabweichung durch Wurzel N der Zahl der Messungen teilt. Und wir hatten auch einen Ausdruck für den Fehler der Standardabweichung eingeführt. Wie wir dabei vorgegangen sind, möchte ich hier anhand einer kleinen Simulation erläutern. Und Sie sehen hier einen wahren Wert markiert und eine gaussförmige Verteilungsfunktion um diesen wahren Wert. Ja, und das habe ich als Ausgangssituation für eine kleine Simulation mit dem Zufallsgenerator genommen und habe eine Stichprobe aus insgesamt 25 Messwerten simuliert. Und aus dieser Stichprobe habe ich nun die Verteilung der Messwerte abgeschätzt. Wir sehen hier die rote Kurve im Vergleich zu der schwarzen Kurve, die die Verteilung der Messwerte um den wahren Wert beschreibt. Ja, Sie sehen, die Abschätzung trifft das Ganze ungefähr, aber Sie sehen eine Verschiebung des Mittelwerts. Das entspricht dann dem Standardfehler oder der Standardabweichung des Mittelwerts. Und Sie sehen auch, dass die abgeschätzte Verteilung in dem Beispiel etwas breiter ist als die wahre Verteilung. In einem wirklichen Experiment ist es dann natürlich so, dass man die wahre Verteilung gar nicht kennt. Die wahre Verteilung ist unbekannt. Ja, und man hat nur die abgeschätzte Verteilung als Ausgangspunkt für alles Weitere. Um nun den wahren Wert abzuschätzen, beziehungsweise die Verteilung des wahren Werts zu bestimmen, geht man von dieser abgeschätzten Verteilung für die Messwerte aus und teilt die Breite durch den Faktor Wurzel n, Wurzel der Anzahl der Messungen, in unserem Fall 5. Und hier sehen Sie die entsprechende Verteilungsfunktion, die jetzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung für den wahren Wert angibt. Es handelt sich also um eine Gauss-Verteilung mit der Standardabweichung Sigma durch Wurzel n. Und das hatten wir als Standardfehler bezeichnet. Ja, und jetzt schauen wir uns den wahren Wert an im Vergleich, den wir ja unserer Simulation zugrunde gelegt haben. Und Sie sehen, er ist sehr gut mit der Verteilungsfunktion verträglich. Ja, so einfach ist es tatsächlich, wie wir es bisher gemacht haben, nämlich wie wir es in Lektionen 3 und 4 besprochen haben. Aber das Ganze gilt nur mit einer wesentlichen Einschränkung, nämlich die Zahl der Stichproben, das Groß N, muss hinreichend groß sein. Streng genommen gilt das Ganze sogar nur im Grenzfall n gegen unendlich. Schauen wir uns nun den Fall einer kleinen Stichprobe an. Und das ist ein Fall, der in der Praxis durchaus wichtig sein kann. Hier in unserem Beispiel, hier eine Stichprobe aus gerade mal n gleich 3 Messwerten. Und wir fragen uns nun, ja, durch welche wahre Verteilung könnte denn diese Verteilung verursacht worden sein? Ja, und hier ist nun eine mögliche Verteilung, die diese Stichprobe verursacht haben könnte. Es könnte ja sein, dass der wahre Wert deutlich oberhalb von den drei Werten liegt, die die Stichprobe ergeben haben und dass die Werte eben nur zufälligerweise alle gemeinsam unterhalb von dem wahren Wert liegen. Wenn ich nun aus diesen drei Messwerten, wie wir gerade vorgegangen sind im Rahmen dieser Gauss-Näherung, die entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung für den wahren Wert bestimme, erhalte ich diese blau gestrichelte Kurve hier. Ja, und Sie sehen, diese blau gestrichelte Kurve schließt den wahren Wert sogar aus, weil die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass er dadurch ausgeschlossen wird. Das heißt, das Ganze passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und nun möchte ich Ihnen aber die richtige Verteilungsfunktion zeigen. Sie sehen, diese Verteilungsfunktion hat deutlich ausgeprägtere Flanken-Seitenflügel und daher haben Sie auch bei dem wahren Wert eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieser tatsächlich angenommen werden kann. So passt es. Ja, die Verteilung, die Sie hier sehen, ist unter dem Namen Studentsche-Tee-Verteilung bekannt. Und dahinter steckt auch eine sehr interessante Geschichte, die Sie zum Beispiel auf der englischsprachigen Wikipedia nachlesen können. Da werden Sie erfahren, was das mit einer bekannten Bierbrauerei in Dublin zu tun hat. Und Sie werden auch erfahren, warum die Arbeit dazu unter dem Pseudonym Student veröffentlicht wurde. Wie ist diese Größe T nun definiert? Hier haben wir eine Stichprobe von n Messwerten. Wir berechnen daraus den Mittelwert und die Standardabweichung des Mittelwerts, dem Standardfehler, also empirische Standardabweichung durch Wurzel n, geteilt. Und wir nehmen hier einen wahren Wert µ an. So, T ist nun die Differenz zwischen wahren Wert und dem Mittelwert, normiert auf den Standardfehler. Die Verteilung dieser Größe T, also die studentsche T-Verteilung, wird durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion beschrieben, die, bitte nicht erschrecken, so ausschaut. Darin ist Groß-Gamma die Euler'sche Gamma-Funktion und µ ist die Anzahl der Freiheitsgrade. Und da wir aus der Verteilung schon einen Mittelwert bestimmt haben, ist die Anzahl der Freiheitsgrade, die Anzahl der Messpunkte, minus 1. Glücklicherweise ist die Funktion in gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen implementiert, sodass Ihre Berechnung in der Praxis sehr leicht ist. Es wäre noch zu erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion natürlich normiert ist. Wenn Sie von minusunendlich bis plusunendlich integrieren, ergibt sich, welchen Wert auch immer, das µ annimmt, immer 1. Und für große n, das heißt, wenn n gegen unendlich geht, dann nähert sich diese Verteilung immer mehr einer Gauss-Verteilung an. Und hier zeige ich Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion für den Extremfall µ gleich 1, das heißt, wenn Sie gerade mal zwei Messpunkte haben. Und Sie sehen, die Verteilung hat sehr ausgeprägte Seitenflügel und weicht deutlich von dem Grenzfall einer Gauss-Verteilung hier gestrichelt gezeigt ab. Wenn wir nun den Fall µ gleich 2 betrachten, das heißt, drei Messpunkte, sehen Sie schon eine Annäherung an die Gauss-Verteilung, die sich für µ gleich 5 hier fortsetzt. Und für µ gleich 10 sind wir doch schon recht nah an dem Gauss-Grenzfall, obwohl man gerade in den Flanken immer noch einige Unterschiede sehen kann. Betrachten wir nun die kumulierte Version der T-Verteilung. Hier am Beispiel von µ gleich 2 Freiheitsgraden, also n gleich 3. Und wir wählen einen bestimmten Wert für T aus und fragen uns, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert angenommen wird, der kleiner ist als dieser Wert von T. Also, was ist die Fläche der Kurve bis zu diesem ausgewählten Wert von T? Und dazu berechnen wir die linkseitig kumulierte Verteilung, P-, indem wir von minus und endlich bis T über die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion integrieren. Und schauen wir uns die kumulierte T-Verteilung für unser Beispiel mit µ gleich 2 Freiheitsgraden an. Das ist die blaue durchgezogene Linie. Und im Vergleich dazu zeigt die schwarz gestrichelte Linie den Grenzfall µ gegen unendlich, der ja einer Integration über eine Gausskurve entspricht. Und deshalb ist das Ganze im Wesentlichen auch durch die Fehlerfunktion hier gegeben. Hier sieht man nun große Unterschiede, vor allen Dingen für große negative oder positive Werte von T. Während sich der Grenzfall µ gegen unendlich sehr schnell an 0 bzw. 1 annähert, geschieht dies für die blaue Kurve, unser Beispiel für µ gleich 2, doch wesentlich langsamer. Also, große Unterschiede gibt es vor allen Dingen für große Werte von T. Kommen wir nun zu dem Begriff der Konfidenzintervalle in Erweiterung von dem, was wir bereits in Lektion 4 für den Grenzfall der gaussischen Normalverteilung diskutiert haben. Wählen wir mal einen Wert tk aus und definieren ein Konfidenzintervall von minus tk bis plus tk. Ja, mithilfe der linkseitig kumulierten Verteilungsfunktion berechnet sich die Wahrscheinlichkeit für dieses Konfidenzintervall nun zu 2 mal p minus minus 1. Vertrachten wir nun wieder unser Beispiel mit µ gleich 2 Freiheitsgraden und wir fragen uns nun, wie groß muss tk sein, das heißt, wie breit muss dieses Konfidenzintervall sein, damit gerade 2 Drittel der Fläche erfasst wird. Ja, und dann erhalten wir einen Wert von tk gleich 1,27 und wenn wir das mit dem gaussischen Grenzfall vergleichen, dann lagen wir da ja in etwa bei 1. Also hier ist eben das Konfidenzintervall, das 2 Drittel Konfidenzintervall etwas größer. Schauen wir uns nun das Intervall für 95% Konfidenz an. Wir sehen, die Breite ist hier gegeben durch plus minus 4,30. Wenn Sie das vergleichen mit dem gaussischen Grenzfall, da war die Breite knapp 2, plus minus 2. So sehen wir hier, dass für die studensche t-Verteilung das Konfidenzintervall wesentlich breiter ist, mehr als ein Faktor 2 hier, als im gaussischen Grenzfall. Und schauen wir uns nun an, wie der gerade eben diskutierte Unterschied zwischen der Breite der Konfidenzintervalle, wie dieser Unterschied abhängt von der Anzahl der Freiheitsgrade. Sie sehen es hier. Es ist dargestellt, die Breite des entsprechenden Konfidenzintervalls als Funktion der Anzahl der Freiheitsgrade. Der Punkt, den Sie gerade eben diskutiert haben, ist eben der erste blaue Punkt hier ganz links. Wenn sich jetzt die Zahl der Freiheitsgrade erhöht, dann nähert sich die Breite des Konfidenzintervalls immer mehr an den Wert aus der gaussischen Näherung an. Das entspricht der gestrichelten Linie hier. Aber Sie sehen, selbst wenn Sie es mit 10 Freiheitsgraden zu tun haben, dann gibt es immer noch einen Unterschied von etwas mehr als 10% zwischen den Konfidenzintervallen. Schauen wir uns das Gleiche nun an für das 2 Drittel Konfidenzintervall. Und da sehen Sie, dass die Annäherung an den gaussischen Grenzfall wesentlich eher schon stattfindet. Aber andersherum, wie ist es eben mit dem 99,8% im Konfidenzintervall? Da sehen Sie, dass die Annäherung erst sehr spät stattfindet und man bei erstaunlich hohen Werten für die Anzahl der Freiheitsgrade noch sehr deutliche Abweichungen hat. Das heißt, die gaussische Näherung ist vor allen Dingen für Konfidenzintervalle, die sehr nah an 100% liegen, eine erstaunlich schlechte Näherung. Was bedeutet das für uns nun in der Praxis? Ich möchte hierzu ein Beispiel diskutieren. Es geht dabei um den Zerfall einer ultrakalten Atomwolke in einer Laserfalle. Das ist eine Situation, der wir fast täglich in unseren Laboren begegnen, aber hierzu eine entsprechende kleine Simulation. Nun, was Sie hier sehen, sind eben simulierte Messwerte für die Zahl der Atome als Funktion der Haltezeit. Die Haltezeit in der Falle variiert zwischen einer Sekunde und 24 Sekunden. Man sieht schon ganz deutlich den Zerfall. Und wir haben für die Atomzahl für jeden Wert der Haltezeit drei Messwerte aufgenommen. Das heißt, wir haben jeweils kleine Stichproben von drei Messwerten. So, und da kann ich Sie nun gleich schon auf ein paar Auffälligkeiten hinweisen. Nämlich, es gibt einige Fälle, wo diese drei Punkte sehr dicht beieinander liegen. Hier sind vier solche Fälle markiert. Es gibt aber auch andere Fälle, wo sie sehr weit auseinander liegen. Hier ist ein solcher Fall markiert. Und jetzt fasse ich diese drei Messwerte pro Haltezeit zusammen und präsentiere eben den Mittelwert und den Standardfehler. Also die Fehlerbalken zeigen eben jetzt den entsprechenden abgeschätzten Standardfehler. Ja, und es fällt auf, natürlich dort, wo die Punkte sehr dicht beieinander lagen, ist der Standardfehler winzig klein. Dort, wo die Punkte weit auseinander lagen, ist der Standardfehler und damit der Fehlerbalken natürlich sehr groß. Allerdings, bei dieser Simulation waren die Schwankungen für jeden Messpunkt immer gleich. Und Sie sehen, die kleine Stichprobe führt dazu, dass ich einmal den Fehler viel zu klein abschätze und im anderen Fall auch viel zu groß. Und nun passe ich an diese simulierten Messpunkte eine entsprechende Zerfallskurve an, die einem Modell folgt, welches eigentlich passen sollte. So, der Fit sieht nicht so schlecht aus, aber ich führe nun einen Chi-Quadrat-Test durch und erhalte einen Wert für das reduzierte Chi-Quadrat von 4,01. Also ein Wert, der einem sagen würde, dass es eigentlich überhaupt nicht passt. Was ist das Problem hier? Wir haben ein passendes Modell, aber unser Fit sagt uns nun, es passt nicht. Nein, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass einige der Fehlerbalken hier viel zu klein abgeschätzt wurden und daraus ergeben sich sehr große Beiträge zu dem Chi-Quadrat und daher passt es im Endeffekt nicht. Aber das Problem sind die viel zu kleinen abgeschätzten Fehlerbalken dabei. Und wir sehen hier eben an dem Beispiel, dass unsere gängigen Methoden zur Datenanalyse basierend und auf Chi-Quadrat, die wir zuvor diskutiert haben, in dem Fall gar nicht mehr passen. Und das liegt daran, dass eben die entsprechenden Verteilungen nicht mehr gaussförmig sind, sondern stark von Gauss-Verteilungen abweichen. Wenn wir es nun gar nicht vermeiden können, kleine Stichproben zu nehmen, dann stellt sich die Frage, welche Fehlerbalken soll man in diesem Fall zeigen? Hier ist eine kleine Stichprobe aus drei Messwerten gezeigt, mit dem entsprechenden Mittelwert als gestrichelte Linie. Eine Variante ist nun einfach die empirische Standardabweichung zu zeigen. Oder wir können, wie wir das bei großen Stichproben tun, den Standardfehler zeigen, also indem wir durch Wurzel n, in dem Fall Wurzel 3, teilen. Wir können aber auch das wirkliche Zweidrittel-Konfidenzintervall hier zeigen, indem wir die T-Verteilung benutzen, was eben etwas größer ist als der Standardfehler. Wir können auch den doppelten Standardfehler zeigen. Das wäre im Grenzfall der Gauss'schen Verteilung wäre das eben das 95-prozentige Konfidenzintervall. Aber wir haben gerade gesehen, das tatsächliche 95-prozentige Konfidenzintervall, wenn man die T-Verteilung benutzt, ist wesentlich größer. Das wäre hier gezeigt. Und eben für die zwei hier markierten Fälle, da braucht es die T-Verteilung. Ja, und was soll man nun in einer Grafik zeigen? Ja, meine erste Empfehlung ist, dass man es einfach bei den drei Punkten belässt und gar keinen Fehlerbalken versucht zu zeigen. Dann ist man ganz nah an den wirklichen experimentellen Resultaten dran, versucht dies nicht irgendwie zu reduzieren. Wenn es ein Fehlerbalken sein soll, dann würde ich empfehlen, entweder die empirische Standardabweichung zu zeigen oder den Fehlerbalken, der dem 95-prozentigen Konfidenzintervall entspricht. Die empirische Standardabweichung hat den Vorteil, dass es völlig klar ist, wie man sie berechnet und dass man keine weitere Interpretation hineinsteckt, wie noch durch Wurzel N zu teilen. Und das 95-prozentige Konfidenzintervall hat den Vorteil, dass es tatsächlich den großen Schwankungen, die auftreten können, gerecht wird mit dem sehr großen Fehlerbalken. Aber auf jeden Fall, für was man sich auch immer entscheidet, man muss in einer Bildunterschrift ganz klare Angaben machen, was ein solcher Balken wirklich bedeuten soll. Welche Konsequenzen ergeben sich nun aus dem, was wir in dieser Lektion gesehen haben? Kleine Stichproben sind problematisch und unsere einfachen Methoden zur Datenanalyse sind unter Umständen nicht mehr tauglich. Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den abzuschätzenden Wert sind im Allgemeinen nicht gaussförmig, sondern folgen der studentischen T-Verteilung. Gaussförmig wird es erst dann, wenn die Anzahl der Stichproben sehr groß wird. Mögliche Auswege sind natürlich zum ersten, dass man tatsächlich hinreißend große Stichproben verwendet, wobei in der Praxis N ungefähr gleich 10 schon zumeist okay ist. Sonst muss man, wenn man es genau machen will, eben ausgefeilte Methoden der Datenanalyse verwenden, die für nicht-gaussische Verteilungen geeignet sind. Aber das geht weit über den Inhalt dieser Vorlesung hinaus. Oder Sie müssen sich zumindest im speziellen Anlassfall Gedanken darüber machen und genau untersuchen, inwieweit eine kleine Stichprobe Ihre Ergebnisse denn beeinflussen kann. Und das wär's mal wieder für heute und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu unserer nächsten Video-Lektion. Bis zum nächsten Video-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-Lektion-